Hi und Willkommen zu einer kurzen Runde Butler heute. Ah, ich hab dich schon gesehen. Nein, hast du nicht. Doch, das hab ich. Hast du nicht? Doch. Vergiss das, nein? Doch. Nein. Ich möchte dich einfach mobben. Nee. Ich hör deine Schüsse. Schüsselein, bist du? Oh, ich seh dich. Oh. Wo bist du, kleiner Penner? Krieg mal in diesem Spiel Fall Schaden die, ne? Nö. Hi. What? Hahaha. Das war eine Spezialwaffe. Was soll die jetzt, ja? Aufgesammelt. Von hinten. Wirklich. Ja. Ja, von hinten, Baby. Ich weiß, du magst, äh, was. Für die Republik. Wir sind mit dem Star Wars. Ja, wie ein Halo. Halo ist ein geiles Spiel. Ah, so ging das mit meiner Schubdüse. Wie sehen wir überhaupt aus? Wie sehe ich überhaupt aus? Wir sind fetter, schwarzer Robbers, oder wie? Nein, du bist ein magersüchtiger. Ja. Ja. Leck mich. Ja. Das halte ich von dir. Weißt du, was ich von dir halte? Das war. Hahaha. Hättest du wohl gerne. Ich weiß. Ach und übrigens, mit Mausrad kannst du hier das wechseln. Wow, ich mach das ganze mit Zahlen. Ich hol was. Wo bist denn du? Das willst du wissen, ne? Ich hör dich. Ich hör dich auch. Nein. Hohoho. Oh. 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 Dann ist das nicht. Oh. Nur keine Angst, ich werde dich nicht vermissen. Haha. Guck mal. Guck mal, wer der stark ist. Oh. 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 Hi. Bye. Have a great time. Na, wieso von hinten? Sag mir das mal. Wieso von hinten, wie so eine feige Sau? Das hat mich richtig hingeguckt. Ich guckte es so vor, dass du in meinen gleichen Spots wohnst. Was soll ich dir sagen? Ich höre wieder deine fetten Schritte. Und ich höre gleich eine fette Explosion. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Nein. Oh, doch. Ich muss mich erst mal finden. Du kannst mir aber einfach direkt die Arbeit abnehmen und in meine Falle laufen. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Du bekommst mich nicht. Nö. Glaubst du, du bekommst mich? Eigentlich nicht. War bei dir im Hintergrund gerade Steam zuhören? Ja, sorry. Was zum... Aua. Soll ich dir mal was verraten? Was? I wish you a happy birthday. Alter, du leckst. Du leckst. Ich lecke nicht. Wenn, dann leckst du. Nein, du nimmst es ja gerade auf, dann leckst du. Nein. Oh, ich lecke auch, wenn ich schieße. Oh. Oh, meine Lieblingswaffe. Aua. Ich bin so mager. Ich bin so ein scheiß Roboter, ne? Wie schau, wie mager ist der? Du bist so ein scheiß magersüchtiger Roboter. Denkst du etwa, du wirst nach diesem Tag noch leben? Äh. Ja, klar. Ich lebe doch jeden Tag schon. Aua. Hey, wie hast du mich mit einem Shot wegbekommen? Ach, du hast einen Headshot gemacht. Nein. Oh, schade. Ich konnte nicht noch nachträglich. Ah, stimmt. Ich könnte auch mal sowas hier werfen. Oder so n'was. Halt die Klappe, der ist jetzt meine Waffe. Wie bitte? Das ist meine Kackwaffe. Nicht sie denn Smog. Flammenwerfer. Nein, ich hatte so einen Kackflammenwerfer. Nein, ich hatte so einen Kackflammenwerfer. Ajayda, bist du ziemlich tot. Spanne und fall in deine Falle rein. Aber keinen Schaden bekommen. Awww. Das hättest du gerne. Aua. Wie habe ich das geschafft? Ich weiß es auch nicht. Ich sag nur eins, ich bin Spider-Man. Ich sag nur eins, ich entschärfe all deine Falle. Ich sag nur eins, ich sehe dich. Chuck Norris. Hi, Baby. I see you. Ui. Hä, ich bin schon tot. Aber auch. Musst du sicher gehen. Doppeltfällt besser. Ja, sag ich auch immer. Soll ich dir mal was sagen? Oh, nö. Wenn du sagst, immer wenn du sagst, soll ich dir mal was sagen, tötest du mich. Soll ich dir noch etwas verraten? Nein. Bitte nicht. Das reicht. Nein. Heute wird Robo-Öl vergossen. Da hast du. Wer ist? Ah. Bist du tot? Ja. Fick dich. Einfach so. Du kommst jetzt nicht wirklich zu mir hoch, ne? Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingswaffe gefunden. Und ich glaube, ich habe deinen Tod gefunden. Direkt dahinter. Neben deinem Bett. Hm. Was hast du da? Ich habe irgendwas aufgehoben, was jetzt... Wo bist du? Ich ätze dich hin vor Ort. Und vergast mich. Nein, ich habe dich geätzt. Schade. Und ich habe nicht mehr bomben. Ah, ich spawne eine schlimme Waffe. Ich habe gerade nicht wirklich Schaden von dir bekommen. 30 Sekunden left until the end of the game. Ich bin der Rust, der will er redet. Du kannst mich mal. Aua. Ich bin runtergefallen. Mann. 9 Sekunden left until the end of the game. Aua. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich glaube, Kills heißt eigentlich Tote. Okay, ich würde sagen, ja. Noch eine Runde für mein YouTube-Video. Warte, warte. Wir müssen es noch auf 10 Minuten strecken, damit wir viermal Werbung schalten können. Was? Viermal bloß? Wenn dann direkt 20 Mal. Also bitte. Bencho und Bencho und Bencho und Bencho und Bencho und Bencho und Bencho. Ich habe eine neue Lieblingswaffe gefunden, die ich vorhin ausprobiert habe. Was hast du ein Bencho gefunden? Möchtest du jetzt irgendwie anfangen zu singen, denn... Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Dafür musst du verklagt werden. Oh nein. Mö, ha, ha, ha. Mö, ha, ha, ha. Mö, ha, ha, ha. Denn ich sehe dich, glaube ich. Hallo. Ah, 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 ha, ha. I, ha, 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 ha. I, I. Lol. Lol. Ja, das ist Lol. Du kannst mich mal mit deinem Träckchen. Was? Hä, viel Leben hast du denn? Was war das? Wie viele Minuten sind wir? Das ist Spaß. Nein. Nein. Ich muss mich regenerationieren. Langsam geht's wieder besser. Oh, oh, ich höre deine fetten Schritte. Oh, oh, nein. Aua. Jetzt hast du deine Waffe verschwendet. Das gefällt mir. Hast du dich gerade selber angefangen? Wie so ein dumm Kopf. Das hast du überhaupt gesagt. Was? Ich hab's gerade glaube ich falsch verstanden. Ich habe niemals Hops gesagt. Ich hab Hops gesagt. Mach das, wo du bist. Komm bei allen wieder her, wo du gestorben bist. Wenn du stirbst, gerne. Okay, ich bin tot. Komm. Spaß. Kleiner Spaß am Rande. Komm her. Übertreib, Alter. Wie viel Leben hast du denn? Standardmäßig 150. Alter. Wie levelt man die Kacke? Ich glaube, den habe ich mir mal gekauft. Vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Ich glaube irgendwie gerade ein bisschen. Liebt ein Junge, der Geld aufgegeben hat für einen kostenlosen Stück. Dieser Moment, ne? Wenn du stirbst. Nein, du kennst doch Diablo 3, ne? Ja, kenn ich. Guck mal, ich hab mir das damals für Xbox One, ne? Das ist nichts zu Hause geguckt, ne? Wo das rauskam. Was sehe ich bei Blizzard? Diablo 3 einfach kostenlos. Keinste Abstand. Dafür bekommst du keine Waffe von mir. Doch. Scheiße. Ich schere gerne, jetzt habe ich eine Waffe. Egal, ich habe die Waffe gefunden. Ach, das war eine Mime von hier. Ich bin da aber nicht reingetreten. Ich hab den schärft. Oh. Also dieser Sandkasten, nur wir sind... Boat von mir. Hä, bin ich... Hab ich mich jetzt... Hä, wo bin ich? Jetzt bist du stuck. Jetzt weiß ich, wo du bist. Hä? Mal ein Scheiß, guck ich. Erstmal Notschuld. Oh, oh, oh. Und die Waffen sind geladen. Ne, ich zieh dir dann gleich erstmal deine Schrauben raus, okay? Bitte nicht. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wollen doch mal sehen, wie du noch kämpfen kannst, wenn man dir all deine Schräublein rauszieht. Aua, ich bin in die Miene vorne getreten. Das muss so sein. Help. Hilfe, ich werde gezwungen, Video mit jetzt zu produzieren. Bye, for a great time. So, ich hab dir einfach eiskalt deine ganzen Schrauben rausgezogen. Ich bin ein Klettergerüst. Was, du bist ein Klettergerüst? Oh ja, wie steigt ich doch mit? Ich bin mit einer Muschel drin. Oh ja, was willst du jetzt machen? Ich kann durch die Muschel sch... Du kannst durch die Muschel sterben. Ich kann durch die Muschel schießen. Was zum Glück ist das für eine Waffe? Ein totes Urteil. Ach so. Ein totes Urteil, ja was? Dein tot. Ich hab dir einen Tipp gegeben, wo ich bin. Nö, hast du gar nicht. Aber ich hab mich geschossen. Ich seh deine Miene. Hab die jetzt nicht gefühlt, aber... Oh ja. Wo bist du, du kleiner, übergewichtiger Roboter? Da, wo du nicht bist. In deinem Grab zum Beispiel? Ja. Ich bin bestimmt noch zut. Das ist meine Lieblingswasser. Der schöne Flammenwerfer. Mann, deine Katze, ne? Ich hab mich grad gehielt und... Ich hab mich grad gehielt und... Ich kann die wieder wegkippen. Ah, nein. Ah, nein, nein. Du holst an die Ruhe. So. Herr, warum kannst du mit ner Waffe doppelt schießen? Weil ich die zweimal hab. Herr, warum kannst du die nicht schießen, wo ich die zweimal hatte? Das ist bei meinem Charakter hier halt so... ...bisschen mit drin halt. Schau, wenn diese Runde vorbei ist, ich werd meine Charakter erstmal aufstocken. Wann ladest du nochmal das Video weg? In drei Jahren. In drei Jahren. Und ich krieg immer nur 100 Papi. Tja. Ein Vorteil, wenn man fett ist. One minute left until the end of the game. One minute left until the end of the game. Ich gebe dir einen Tipp, wo ich bin. Du kannst mich machen. Alter, das hat man vielleicht sogar bei dir im Discord. Ich habe mehr Kills als du. Ich habe angeblich mehr Kills als du. Die Kills steht für Tode. Oh. Der Scorer sind die Kills. Oh. Ja. Warte mal, wie kann man nicht nochmal sein Charakter machen? Ahanga. Ja, auf jeden Fall würde ich dann sagen, das war es dann mit dieser spontanen Runde Butler. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt erwähnt hatte, aber ja, ich hatte halt hier Butler mit ihm aufgenommen, weil ich hatte sonst heute keine Zeit noch schnell was zu erledigen. Er musste Geld verdienen. Er macht Para. Er braucht Para. Er musste das erstmal alles auf 10 Minuten strecken. Erstmal so. Wie viel hast du aufgenommen? Das sind ja 20 Minuten. Okay, dann kannst du so 30 mal Werbung schalten. Ja, das langt mir dann. Ja, mal gucken, was dann die Steuern sind. Wer braucht schon Steuern zahlen? Auf jeden Fall würde ich dann mich erst einmal verabschieden für heute. Wenn euch dieser etwas stummere Part gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Dann würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.